So ihr lieben Freizeitparkfreaks, der Park hat verlängert bis 18.45 Uhr. Ist allerdings immer noch genug hier los. Wie gesagt, außer die Schlange zum Kartenumtauschen ist gerade tiefenentspannt. Rechts neben mir in Berlin ist wie gesagt, die Leute machen sich jetzt alle auf den Weg nach Hause. Wir werden noch ein bisschen hierbleiben, weil wir haben keine Lust im Endeffekt Stop and Go nach Hause zu fahren. Und in der Hinsicht wünsche ich euch noch einen Charmanten. Passt auf euch auf und in der Hinsicht liken, Instagram, Twitter und ja. Sagt mal tschöööö. Tschöööö. Ihr habt Karten erfolgreich umgetauscht. Schön. Alles richtig gemacht. In der Hinsicht, die Aktion wurde von Phantasialand auch verlängert, also man sieht sich. In der Hinsicht Freaks!